Weißt du, das ist eine Movieboss-Mission mit Karls. Ich habe gerade einfach aus Cooler und Tals Karls gemacht. Ich wollte sagen, Movieboss-Mission mit einem Tals und Cooler-Team. Einfach mit einem Karls-Team. Wieso verhaue ich diese Namen immer? Jedenfalls Leute, Movieboss-Mission für Legend-Vegeta-Events mit Karls. Gönnt euch. Rotation, glasklar, Physisch-Tals mit dem Izee Great Ape. Andere Rotation, Izee Cooler mit LR Cooler. Und dann habe ich gerade die Reihen rausgekommen. Zwei Supporter, der Terrifying Conquer Supporter LR Tals. Der Izee Tals und natürlich der Friend Physisch-Tals. Und wenn der reinkommt. Der ist natürlich kein Supporter, aber... In dem Event macht er trotzdem auf jeden Fall seinen Nutzen. Junge, das ist auch ein geiles Team, finde ich. Wir haben heute in der Session einfach nur so die Mission gemacht. Und dann daraus entstanden so richtig schöne Fun-Teams. Gibt euch. Einfach jeder Linkskill für LR Cooler in der Mitte. Mit Support links und rechts. Das ist krass. Aber ich stelle den mal nach links, damit er halt Angriff rausbekommt. Er wird den so oder so one-shotten. Versucht mal so wenig und ich viel zu geben, aber der ist so oder so weg. Auch so. Ah, ganz kurz vielleicht. Mein Cooler ist hier auf Global. Folgendermaßen mit 3 Dupes. Defensive Rute genommen mit dem dritten Dupe. Äh, der Amiibo ist auch defensive Rute. 3 Dupes. Ähm, ein Dupe an der Stelle. Mein Kentier auf 5% mein Tals. Ähm. Ja, warum hat, was war auch, falls du dich fragst, warum hat mein Tals auf 5%, warum hab ich ihm, ähm, 0 Edition Attack gegeben? Weil eigentlich spiele ich ihn, ähm, immer mit dem Int-Nebencharakter von ihm. Und er gibt ja ihm, ähm, ne Crit-Chance. Ne 10%ige meine ich. Ich fahre mal kurz nach, hab ich meistens 10%. Deswegen ist eigentlich also in meinem, äh, Tals-Team normalerweise, dieser Ballstacker aus dort 1. Und, ähm, Tals dann eben auf 2 und da kommt ein Big Bad Boss-Karakter rein. Und, äh, der gibt ihm halt, äh, durch seinen Support-Aspekt oder so schon 10% Crit. Aber ich meine auch irgendein Linkskill von Tals, gibt nicht irgendein Linkskill von Tals ihn auch Crit oder so? Ich schau, ich schau grad ne, beinahe. Wir haben leider, 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 leider und ich kann es einfach nur 15 mal betonen. Leider die Introsequenz von Tals nicht am Start. Äh, eventuell hätten wir dann, das heißt eventuell, wir hätten sonst keine Key-Probleme. Vielleicht hätte ich das hier besser machen können für die Mitte, aber es egal. Es sind mehr oder weniger, mehr oder weniger oder so alles, wo man schaut. Ähm, ah ja, Introsequenz ist halt schade, dass es so gibt, äh. Äh, ah ne, der hat durch den Linkskill von Tals, okay, das ist dann, wie ich das richtig im Kopf hatte, durch seinen Homeboy. Der Homeboy gibt nämlich, ähm, waren es 10? Ja, tatsächlich, 10%. Ja. Also deswegen, falls ich gewonnen habe, wieso meiner keinen Kit oder so hat, oder auf 55% ihn Doge zu geben, ja gut, 5 Doge oder 7 Doge maximal, weiß nicht, da hab ich dann lieber 10 Edition gegeben, dass er 20% die Chance hat, Edition Attack zu machen, in Rörelation, so oder so dann 10% Crit Chance. Und ja, er wird ja dann, ähm, irgendwann auch sehr effektiv, genau. Wisst ihr was? Eigentlich will ich da nicht viel rumsnacken, wir wollen alles sehen, komplett Eskalation. So, hajime Yoka. So, hajime Yoka. Das ist so geil. Junge, Junge, was ist das für eine Voraation, ey? Ja, so, wir haben es auch vorhin, äh, das Thema gehabt, ist immer nice, wenn man so Fun Teams erstellen kann, und, äh, und das aber auch noch sinnvoll verknüpfen kann mit Missionen. Da spielt man wieder gerade die, die man lange nicht gespielt hat, oder sieht ein paar Sachen, die man lange nicht gesehen hat. Deswegen, fahre ich das auf jeden Fall. Hm. Das ist das GD. Wie schnell wir durch das Event laufen, ne? Weil die Charaktere einfach so viel Damage machen. Ja, ich fühle den Satz immer wieder aufs neue Save. So, hajime Yoka. Das ist aber richtig gut, äh, gesprochen. Nice Panache. Oh, er hat nicht genug, er will noch mehr. Juhu. Genau, und das würde ich sehen. Ja, komm. Das macht keinen damage, mein Super 6. Also, das, guck mal. Evo könnte uns trotzdem noch, äh, die Nase brechen. Je nachdem, wenn der Super Attack. Aber wenn ich da mal da ankomme, vor allem die Kuder-Rotation könnte echt wehtun, weil ich schon den ESA-Kuder, schon transmitter. Aber es gibt kein Novix-Luses, Leute. Wisst ihr was? Brauchst du damit, warum nicht? Kakarot, siehst du das? Weißt du, was das ist? Ey, ich sag Kakarot, wir kämpfen gegen Vegeta. Vegeta, guck mal, was ich für dich hab. Weißt du, wie du Gohan auf Namek geklascht hast? Guck mal, was ich mit ihm mag. Der arme Gohan wird von jedem immer geschlagen, oder, oder genötigt. Mmh. Gohan's Revenge an Vegeta. Kula, Kula, Furi, Zanno, Brother. Dokkan, 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 Battle, Hachibaru. Du, 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 du. Gibt's noch was, was auch immer da? Pah, lächerlich. Mmh. Komm mal her, Alter. Mmh. Hier bin ich. Oh, das ist Schluss. Das sieht so geil. Jungs, schaut euch mal diese Animation an. Das sieht immer noch so gut aus. Vor allem der Anfang. Wann kam der Charakter? Seit 2019 kam der. Geisteskrank. Jetzt komm mal her. 615 Tonnen. Junge, weil's so schön war. Weißt du, was das ist? Hier, ihn fragt. Junge, ihr müsst euch mal die Situation vorstellen. Er tritt einfach auf ein Kind. Ich fragt ihn von oben herab. Er sieht es nicht mal. Gohan. Gesicht gegen Boden. Der macht. War das fährt. Weißt du, was das ist? Was soll er sich denken? Der hat irgendwie so. Der denkt, der bricht ihm gleich irgendwas. Und dann sorgt er einfach dafür, dass er zum Great Ape wird. Was ein Psychopath. Jetzt komm, gib mir krassen Damage. Ah. Bäh. Komm doch, komm. Was tut mich das? Komm. Stell ich hinten an, Junge. Und jetzt. Ja, ich sag dir. Ja, Hose, du was tust du so cool. Was tut mir, hat schon Schaden gemacht. Jungs. Ich esse grad. Ich heile mich grad hoch. Guck jetzt. Easy. Du musst einfach immer essen. Schaden nehmen und essen. Das ist der Prozess von. Seht ihr? Das ist. Äh. Das ist der Prozess von Gym. Ja. Pumpen. Trainieren. Zack. Krafttraining. Tod danach. Muskelkater. Und dann essen. Gains. Proteine. Dies. Dies. Ist einfach Tarts. Dies ist Tarts. Mentality von Tarts. Mmh. Ihr wisst, was die Nixzone, glaub ich, haben, oder? Komm schon, lass mich nicht im Stich. Zeig mir den Ängste von LR Cooler. Hab ich schon? Bitte, ja. Aber erst. Tarts Mentalität. Essen. Und mit Zunge auch noch. Es ist sogar Essen und Pumpen gehen, erst mal. Komm her. Oh mein Gott. Und jetzt? Halt deinen Maul. Die OSZ ist gerade nicht, aber ich mach's nach. Du 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 du. ist vorbei ist es einfach warum ist der kracht immer noch so brutal mission angenommen fand ihn wieder geil wirklich danke baby komm herr boom danke schön gg einfach nur